hallo und herzlich willkommen hier zum ich hoffe pünktlich hochgeladenen halloween special 2018 wir spielen september 1999 und wir sind anscheinend hier in einem schlafzimmer das sieht mehr aus wie irgendeine bruchbude und das ist wohl ein film 18 september 1999 krass es ist eine gute atmosphäre obwohl das so hell ist helle horrorspiele sind ja sonst nicht so gruselig eigentlich was haben wir hier ich habe das noch nie gespielt als ich habe eine minute ich habe ja mal also ich habe mir nichts wirklich sagen lassen von den spielen nur dass es kurz ist 3 uhr 25 in der nacht und es gewittert was ist denn was kann ich hier machen das radio kann ich mich nicht kann nur wer ist die machen springen hier sind fenster oder also ganz viele bilder von diesen papageien wie die sich lieben viel alkohol gesoffen das ist eine fernbedingung aber wo ist der fernseher da ist ein messer auf dem boden wow 3 uhr 26 ist hier noch mehr noch mehr papageien die sich lieben oder wellensittiche sind es glaube ich eher wow 1 14 zwei stunden früher in der nacht das wetter ist besser derselbe raum was hallo der dicke mann vom nachbarn was ist wieder da hier ist licht am akkan wer macht das denn oder läuft der strom einfach nicht was ist das her kommt das licht also das ist nur eine stange die reflektiert wird ok was passiert jetzt 4 uhr 4 polizei ist anscheinend da und die stehen vorm haus macht doch das licht aus ja komm wir können nicht aufmachen wir sind nicht da wir verstecken uns lieber im schlafzimmer was ist hier passiert scheiße in der leiche die lampe ist auch nicht mehr da es ist halt mitten in der nacht und wir haben hier liegt ein hammer das messer ist weg habe ich den mit dem messer etwa umgebracht ok was passiert jetzt 21 uhr 11 das ganze nächsten blutspuren aus dem zimmer können wir noch nicht rein was ist hinter der tür oh mein gott oh mein gott was ist hier passiert was ist hier passiert was haben wir angerichtet haben wir den umgebracht oh mein gott 4 uhr 1 4 uhr 2 können uns nicht bewegen was was ich glaube wir sind gestorben ja das war das spiel das war im september 1999 ein kurzes aber interessantes und intensives spiel von einem mord der am 23 september september 1999 passiert ist damit macht's gut und happy halloween morgens zu auf so